Es ist schon krass, wie die Waage hier steht. Mit dem Weg im Kaufland in Rheinfelde. Wenn das das Ordnungsamt mal mitkriegt, hier gelten ja die Verkehrsregeln. Dann gute Nacht. Und nebendran nicht anders. Mit auf der Spur stehen die Einkaufswerke. Krass. Wahnsinn. Also ich habe jetzt recherchiert. Das macht eine externe Firma. Die kriegt jetzt eine auf den Sack. Vom Chef selber. Krass. Darf natürlich nicht so sein. Der Weg muss frei bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017